Und jetzt kommen wir auch zu einem Lieblingsmenschen von mir, meine Damen und Herren. Begonnen hat sie vor 15 Jahren, da war sie Teenager. Mittlerweile ist sie wirklich eine wunderbare, strahlende Frau geworden. Stefan Raab hat sie damals entdeckt und zu ihrer 15-jährigen Bühnenkarriere hat sie jetzt auch die Ehrenbürgerschaft in der Stadt Fischb, in ihrer Heimatstadt, gekriegt. Also wir freuen uns richtig, dass sie da ist. Vielen Dank, dass du gekommen bist, liebe Stefanie Heinzmann. Ja. Woo! Well, it doesn't matter how many times you fall, just as long as you get up standing tall. And it doesn't matter if the world don't care what you do, just as long as it's the world to you. Just hold on. Ja, ja. So, ich bin für dich. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. It doesn't matter if you step deep in the mud, as long as you keep your head up and it's getting better. There's time built by you will see as an incident at the end of the street just went on, on, on. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.